007 statt 0815. Werden wir jetzt alle zu Geheimagenten? Geheimagenten glaube ich nicht, dass das nötig ist. Erfolgsagenten fände ich toll. Und ich meine damit nicht den oberflächlichen Erfolg, wie Karriere, Titel und irgendwelches Geld, sondern ich meine, dass man so mit dem Gemüt erfolgreich ist. Also dass man sein Glück findet, seinen Sinn im Leben, dass man sich schützt vor eher den miesen Mitmenschen und die findet, die einem gut tun. Das wäre für mich dann Erfolgsagent sein.